Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittliga-Heimspiel der SG Dynamo Dresden gegen den MSV Duisburg. Die Partie endete mit 1 zu 0. Ich begrüße die beiden Cheftrainer hier vorne neben mir, Pavel Dotschef vom MSV Duisburg und unseren Cheftrainer Alexander Schmidt. Das erste Wort gehört wie immer dem Gast. Herr Dotschef, wie fällt Ihr Fazit nach der 0 zu 1 Niederlage hier in Dresden aus? Erstmal Glückwunsch an Dresden. Es war ein sehr spannendes Spiel, ein sehr intensives Spiel von beiden Mannschaften. Ich habe auch schon so etwas erwartet im Vorfeld, dass das so etwas heute auf uns zukommt. Es hat sich auch schon von den ersten Minuten an bestätigt, dass wir hochgepresst werden, dass wir ständig unter Stress gesetzt werden. Und es war mir schon klar, dass je länger das Spiel dauert, desto besser für uns wird. Und ich denke auch, dass wir in der ersten Halbzeit schon beide Seiten so eine riesige Chance hatten. Also von Chancen her war alles ausgeglichen. Und in der zweiten Halbzeit habe ich gedacht, dass wir ein bisschen mehr Entlastung haben, dass wir ein bisschen noch mehr Kontrolle kriegen über das Spiel. Wir haben uns ein paar Korrekturen vorgenommen. Und ich denke, dass die zweite Halbzeit ein bisschen besser war sogar von uns. Und dann, wenn wir in Führung gehen, was wir heute nicht geschafft haben, dann denke ich mir, das Spiel werden wir heute hier nie verlieren. Und mindestens Punkte hätten wir genommen gehabt. Und das ist das Ärgerliche jetzt für mich, für meine Mannschaft, weil wir haben nicht geschafft, heute das Tor zu erzielen. Und dann stehen wir jetzt mit leeren Händen. Und wenn der Gegner viel, viel besser spielt und uns an der Wand spielt und wir wirklich unterlegen sind, dann würde diese Niederlage nicht so wehtun, wie das gerade der Fall ist. Aber muss ich auch ehrlich sagen, dass die Mannschaft von Dresden auch schon alles investiert hat, haben schon richtig gut gekämpft. Und von daher sage ich nochmal, unentschieden wäre für mich okay gewesen. Ich bin zufrieden mit der Leistung, aber mit dem Ergebnis natürlich nicht. Und müssen wir jetzt uns ausschütten und nächstes Spiel besser machen, vor allen Dingen auch unsere Chancen besser verwerten. An Dresden wünsche ich alles Gute und ich denke, wenn die restlichen Spiele so gespielt werden, dann brennt nichts hier. Dankeschön. Herr Dotschow, vielen Dank für Ihr Statement zum Spielen. Alex, herzlichen Glückwunsch zum ersten Sieg als Dynamo-Trainer. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, Pavel hat es sehr gut beschrieben in meinen Augen. Es war ein sehr intensives Spiel. Und Duisburg hat das gespielt, was wir uns erwartet haben. Sie sind mit hohem Selbstvertrauen gekommen, mit den, ich sage jetzt mal, erfolgreichen Spielen in der Vergangenheit oder in der Kürze jetzt. Ich muss meiner Mannschaft ein riesen Kompliment zollen. Pavel hat es gesagt, sie haben bis zur letzten Minute oder Nachspielzeit gekämpft, um jeden Meter, was möglich war. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ich bin mit dem Spiel top zufrieden, weil der MSV auch sehr gute Torchancen gehabt hat. Das müssen wir einfach analysieren, was da los war. Was ich in Erinnerung habe, haben wir natürlich auch zwei, drei eigene grobe Schnitzer im Spiel gehabt, die, ich sage jetzt mal, Gott sei Dank nicht bestraft wurden. Da hat man auch das nötige Spielglück heute. Aber ich habe es gesagt, ich muss der Mannschaft ein riesen Kompliment zollen. Alle haben an einem Strang gezogen. Wir haben eine hohe Intensität gefahren. Es war auffällig, dass nicht jeder, der die Spielpraxis einfach noch nicht so, oder der die Spielpraxis in den letzten Wochen nicht so drinnen hat, Probleme hat mit dieser Intensität. Ja, aber im Endeffekt haben wir das Spiel 1-0 gewonnen. Wir haben den Turnaround jetzt geschafft, ja, aus den, ich sage mal, torlosen letzten Spielen und sieglosen letzten beiden Spielen. Wir haben jetzt einfach heute diesen Heimsieg eingefahren. Ob der jetzt sehr glanzvoll war oder nicht glanzvoll, das ist uns jetzt eigentlich egal. Für mich war wichtig, dass die Mannschaft allen gezeigt hat, dass sie diesen unbedingten Siegeswillen hat. Den haben wir an den Tag gelegt gegen einen sehr starken Gegner. Und ich glaube, dass Duisburg in den nächsten Spielen, wenn sie so spielen, wie in den letzten Spielen, eigentlich nicht mehr verlieren wird. Also war schon sehr schwierig. Alex, danke auch dir für dein Statement zum Spiel. Ist so. Jetzt kommen wir zu den Fragen der Kolleginnen und Kollegen, die oben auf der Pressetribüne sitzen. Die erste Frage kommt von Thomas Narendorf, Dresdner Morgenpost. Es geht an dich, Alex. Glückwunsch zum Sieg, Herr Schmidt. Die Leidenschaft war da. War das genau das, was Sie sehen wollen von dieser Mannschaft? Ja, absolut. Wir haben gesagt, dass wir jetzt einfach jedem zeigen wollen, allen Fans, dass wir diese Situation drehen. Dass wir aus den Negativen einfach jetzt die Situation ins Positive drehen. Ja, wir sind herausgefordert worden jetzt. Beziehungsweise mein Vorgänger und die Mannschaft sind herausgefordert worden. Ja, psychologisch natürlich schwierige Situation, wenn du so lange am ersten Platz stehst und dann auf einmal abrutscht. Jetzt waren wir mal die Jäger. Beziehungsweise haben wir. Es ist so für uns, dass wir jetzt wieder nach vorne reinrücken können. Und da haben wir heute den ersten Schritt gemacht. Das Spiel abhacken und jetzt einfach volle Konzentration aufs Uerdingenspiel. Ihre ersten 90 Minuten als Dynamo-Trainer sind vorbei. Wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf? Fragt Thomas Narendorf von der Dresdama Umpost. Ja, wir haben gekämpft, alles investiert. Und dann dürfen wir uns nicht mit eigenen groben Schnitzern um den Lohn der Arbeit bringen. Weil jetzt, ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz genau gezählt, aber es waren drei oder vier Großchancen, von denen hätten wir uns beinahe zwei selber reingehaut. Und das müssen wir einfach vermeiden. Ja, da muss ich dann in der jetzigen Situation nicht den Schönheitspreis gewinnen und hinten raus spielen. Da muss ich dann einfach den Ball auch mal löschen. Und Schönheitspreise gibt es halt jetzt in der jetzigen Situation nicht. Die nächste Frage kommt von Sven Geisler, Sächsische Zeitung. Herr Schmidt, herzlichen Glückwunsch. Es war ein Nervenkitzel. Inwiefern war das nicht anerkannte Tor ein Rückschlag? Und wie schätzen Sie die Reaktion der Mannschaft ein? Ja, ich habe gehört, dass das Kopfballtor vom Tim regulär war. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich will es jetzt auch nicht beurteilen. Aber natürlich ist es immer ärgerlich, wenn es so eine Situation ist. Aber ich will jetzt nicht nachhacken. Wir haben 1-0 gewonnen. Da sind wir jetzt alle froh drüber. Und ja, Schiri hat halt leider keinen Videobeweis. Ist so, wie es ist. Nächste Frage kommt auch von Sven Geisler, Sächsische Zeitung. Ich fasse mal beide Fragen zusammen. Und zwar, die erste lautet, wie wichtig ist einer wie Christoph Dafferner nicht nur als Torschütze, sondern auch als leidenschaftlicher Kämpfer fürs Team? Und die zweite Frage gleich hinterher geschoben. Letztlich haben die Wechsel nochmal einen neuen Schub gebracht. Wie schätzen Sie die Einwechselspieler ein? Ich habe es draußen schon gesagt im Interview, dass es immer schwer ist, wenn man selber auch Fußball gespielt hat, wenn man einfach diesen Spielrhythmus nicht hat und dann so eine intensive Partie reinkommt. Als Trainer außen oftmals dann emotional und warum macht er den Weg jetzt nicht? Aber es ist halt einfach schwierig, wenn ich diesen Rhythmus nicht habe, wie Niklas oder wie Lahodimos. Dann muss ich erst reinkommen und es wird dann einfach von Training zu Training oder von Spiel zu Spiel speziell, wird es besser, je mehr Spielzeit der Junge dann hat. Dazu passt die nächste Frage von Thomas Schmidt, Wochenkurier. Flachodimos gab die Flanke zum Tor. Hat er sich im Training besonders aufgedrängt? Ja gut, wir haben nicht viel trainiert, aber ich kenne ja, ich kenne ja Flachodimos, seit er bei Stuttgart in der Jugend gespielt hat. Er hat eine hohe Qualität. Ich glaube, das ist allgemein bekannt, deshalb spielt er auch hier. Und es gilt jetzt einfach, dass man ihn stärkt und dass man ihm jetzt neues Selbstvertrauen gibt. Es ist ein Trainerwechsel, jeder weiß, wie es ist. Dann haben die Spieler, die jetzt nicht so zum Zug kamen, neue Chancen. Und das hat er jetzt halt auch ausgelebt. Aber man hat auch deutlich gesehen, dass ihm der Spielrhythmus fehlt, dass in Umschaltsituationen einfach diese Intensität noch nicht gehen kann, was aber ganz normal ist. Tim Schlegel, Bild Dresden. Klöckwunsch zum perfekten Einstand. Herr Schmidt, da ist die Frage verrutscht. Da muss ich hier zurück scrollen. Wie schwierig war es in nur zwei Tagen der Mannschaft, den Mut einzuimpfen, geschlossen, viel höher zu pressen? Hatten Sie Angst, dass mit zunehmender Spieldauer bei enormem Laufaufwand Ihr Team die Kraftreserven zum Ende ausgehen könnten? Ja, es war ein enges Spiel, hat Pavel ja auch gesagt. Es hätte natürlich auch andersherum laufen können, wenn wir es 1-0 bekommen bei dieser Großchance, wo wir uns eigentlich selber zuzuschreiben haben mit krassen Fehlern. Dann wäre es in die andere Richtung laufen. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich sehr begeistert von der Mannschaft. Ich habe es so aufgefasst, extrem pflegeleicht. Sie sind willig, sie horchen zu, sie sind hungrig. Und es war überhaupt kein Thema, dass sie das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Und da muss man schon zufrieden sein, dass sie wirklich bis zur letzten Nachspielminute alles reingeworfen haben. Auch verbal hat man gemerkt, sie wollen unbedingt. Und dieser Wille, das ist der größte Gewinn an diesem Tag heute. Ich greife nochmal die Frage von dem Kollegen Geißler zu Christoph daferner auf, wie wichtig er nicht nur als Torschütze, sondern eben auch als leidenschaftlicher Kämpfer ist für deine Mannschaft. So ist es. So ist es. Ja, er ist einfach, es schaut nicht immer so super aus bei ihm, wie es halt so ist bei großen Mittelstürmertypen. Ja, die machen halt auch mal Aktionen, wo dann nicht so glücklich sind. Aber er hat seine Qualität und Stürmer werden an Toren gemessen. Und er hat uns heute die drei Punkte gebracht, hat gekämpft unermüdlich. Und deshalb muss ich sagen, extra Lob. Alex, zwei Fragen haben wir noch. Die kommen von Jochen Leimert. Glückwunsch zum gelangenen Einstand. Wie waren Sie mit der taktischen Umstellung zufrieden? Was waren Ihre letzten Worte an die Mannschaft, als Sie Sie heute auf den Rasen geschickt haben? Ja, wie gesagt, es war jetzt heute noch nicht alles perfekt. Wir sind weit weg von perfekt. Aber wie soll das gehen, dass man nach zwei Trainingseinheiten alles reinbekommt, was wir uns vornehmen. Aber sie haben alles versucht. Ich musste viel coachen. Ich wundere mich, dass ich überhaupt noch Stimme habe. Die Mannschaft hat es im Rahmen dessen, was möglich war, in den zwei Trainingstagen hervorragend umgesetzt. Und ich sage es nochmal, MSV Duisburg war heute ein sehr starker Gegner. Und wir sind hohe Intensität gefahren und haben das enge Spiel halt jetzt einfach gewonnen. Und mit dem Willen und mit dem Einsatz war ich hoch zufrieden. Alex, ganz herzlichen Dank. Herr Dotschiff auch ganz herzlichen Dank. Ich übermittele noch liebe Grüße auf die Pressetribüne an Herrn Nachendorf aus alter Verbundenheit im Erzgebirge. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen da oben für eure Fragen. Wir wünschen unseren Gästen aus Duisburg einen angenehmen und sicheren Heimweg viel Erfolg für den Rest der Runde. Tschüss. 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 Tschüss.